Moin Moin, herzlich willkommen zurück zum Iron Front Liberation 1944 Let's Play. So, wir sind jetzt hier noch in Mission 7, Rattenkrieg. Und haben die feindliche, äh da oben die alte Festung eingenommen, die alte Pogruine. So, wir sollen jetzt da vorne die Ortschaft noch säubern. Sechs, komm hierher, verdammt nochmal. Hör auf zu schießen, drei, Feuerpause. Lauf da nicht so blöd, äh, lauf hier endlich hin und schieß da nicht so rum. Okay, sechs, äh, Feuer öffnen. So, was, komm hier nicht für Panzer an. Also, hast du irgendwas? Nicht zu sehen. Okay, muss ich erstmal hier auf die, auf die Häuser da vorne konzentrieren. Du musst jetzt so ein bisschen festgenagelt hier. Aber Walter mit seinem MG da vorne, da. Da ist eine gute Arbeit. So, von rechts kommen nämlich auch T-34 an. Und von da, ah, da kommen unsere Panther-Panzer an. T-34 sind irgendwo nach da vorne abgehauen anscheinend. Das ist gut. So. Wie sieht es hier aus? Eigentlich im Moment ganz okay. Okay, sechs bei dir hat es in Ordnung. Zwei auch. Okay, Jungs, dann müssen wir mal versuchen, da vorne zu dem Haus zu kommen. Okay, pass auf. So, noch einen Schluck Kaffee auf der Feldflasche. Und dann kann es losgehen. Also, zwei, du gibst uns ein bisschen Feuerschutz. Ähm, sechs, sieben, neun. Sechs, meine Haltung annehmen. Und Formation zurück. Sechs, zurück in Formation. Jawohl. Okay, sechs. Dann lauf mal zu dem Haus da vorne. Sechs, gehen Sie zu Haus. Zu unserer Formel. Okay, da ist ein zerstörter T-34. Das ist schon mal gut. Der kann uns jedenfalls nichts mehr antun. Und jetzt geht es los. Hopp, 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 hopp. Rüber da. Okay. So, also das heißt, wir sind jetzt eben da gewesen. Jetzt sind wir hier. Und hier müssen wir noch die Ortschaft säubern. Na gut. So, sechs, wo bist du denn? Sechs kriegt ja, ich glaube, sechs kann gar nicht mehr aufstehen, habe ich das Gefühl. Na gut, sechs, denn, ähm, du hast irgendwie keinen Sanitäter. Oder hast du irgendwo einen Sanitäter in der Nähe hier, den du vielleicht selber siehst? Äh, du kannst tausend Türen öffnen, aber kein Sanitäter. Sechs, gehen Sie zu. Okay. Dann geht es erstmal noch ein Stückchen weiter vorwärts. Das sind zwei und meine Wenigkeit, das hier jetzt alleine durchziehen so ein bisschen. Okay, zwei. Ich möchte ein MG hier haben. Zwei, gehen Sie zu Busch, nordöstlich. So. Kommt da hinten noch irgendwas an? Nee, zwei, sieben, neun. Zwei, meine Haltung annehmen. Irgendwas zu sehen, was ein Feind riecht. Und ausschaut. Naja, Moment nicht. Okay. Da kommt zwei an, okay. Okay, sechs, dann kannst du... Kannst du dich mal hier positionieren? Sechs, gehen Sie zu, 50 Meter, nördlich. Schots zur linken Flanke, okay. Na, du liest ja auch ganz gut da. Okay. Dann müssen wir mal eben alleine weiter. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Habe ich eigentlich noch Handgranaten? Vielleicht kann ich da nochmal eben den einen toten Soldaten rausbeuten. Ein paar Handgranaten könnte ich noch brauchen. Äh, Ausrüstung. Genau. Geh mir nochmal ein paar Handgranaten an. Die brauchst du sowieso nicht mehr. Okay. Und weiter geht's. Boah. Können die Panzer nicht mehr hier ein bisschen herfahren? Na? Ah, ich seh schon, wie die wieder irgendwo aus dem Gebüsch gesprungen kommen. Ach, jetzt kriegst du schon wieder eine Krise hier. So. Haben wir da irgendwas? Nee. Kommen da welche an? Nee, im Moment auch nicht. Das sieht auch ganz gut aus. Hm. Wirklich Deckung gibt's ja auch hier nicht gerade. Schön vorsichtig vorgehen. Oh. Oh. Die sind außer nichts gekommen quasi schon wieder. Na, ihr kleinen Rastratten. Fresst das. Viel Spaß damit. Könnt ihr überhalten übrigens. Ah, komm her. Verdammte Mistratte. Komm bestimmt hier auf der anderen Seite wieder raus. Zum Beispiel da. Verdammt nochmal. Walter, Feuer, Feuer. Gib ihm Saures. Ja. Na, hier kommt keiner hier. Ach, verdammt Mist. Mensch, ich trage ja schon wieder. Rechts. Feind. So. Moment. Na, komm schon. Der hatte mich auch noch verletzt. Mensch, das eignet sich auch schon wieder so gut das Gewehr dafür. Na, ich weiß doch, du möchtest so ein kleines Niggerchen machen. Ich weiß doch, was du willst. Moment, ich muss mal kurz durch das Feldstecker gucken. Ja, liegen da auch wie die drei von der Tankstelle, echt. Experten hier. Walter, komm mal hierher. Zwei, gehen Sie zu, 50 Meter. Aber, hinlegen. Zwei, hinlegen. Okay, und sechs geht hier hin. Sechs, gehen Sie zu, 50 Meter, nördlich. So. Jetzt mit dem GmbH passen wir den da vorne noch ein. So. Ja, jetzt steht die schon wieder auf fullautomatik. Jo, es geht doch. Na, bitte. Komm. Jo, noch ein. Was war das denn? Ich hatte seine Waffe getroffen. Oh, noch ein. Okay. Jo, super. Na, hat doch ganz schön verzogen, nochmal beim Schießen. Und so gut ist das, ist das Sturmgewehr 44 auch nicht. Jetzt auf die Entfernung. Zumindest wenn man verletzt ist. Eigentlich ist das eine tolle Waffe, aber. Naja, gut. So. Müsste man natürlich auch schießen können. So, mal gucken. Was haben wir denn da vorne? Sind da noch mehr? Okay. Wir werden erstmal zu dem Haus da vorne rennen. Ja, die sind auch schon wieder so mitten im Nirgendwo hier aufgetaucht. Plopp waren sie da. Aufgehöre. Abgeschlossen. Oh, super. Geil. Angriff abbrechen. Gruppe, gehen Sie zu 200 Meter. Nordöstlich. Mann ist Geschichte. Verwundeter 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 Mann ist Geschichte. Der Feind startet einen Gegenangriff aus allen Richtungen und Sie ruhen sich hier aus? Neumann, Ihre Aufgabe ist es, sich zur zentralen Verteidigungsstellung zurückzuziehen. Achten Sie auf versprengte Feinde. Halten Sie die Stellung dort. Ohne meinen Befehl dürfen Sie auf keinen Fall die Stellung wechseln. Ich hoffe, dass Sie Ihre Männer am Leben halten können. Rückzug ist der allerletzte Ausweg. Jawohl, der Oberste. Wett, wie ein Arschloch. Neue Aufgabe zugewiesen. Wechseln Sie die Stellung. Okay, Jungs. Sieben, meine Haltung annehmen. Zurückinformation. So, ich brauche erst mal Munition. Gib mir mal eben kurz deine Munition, Kumpel. Ey, wo ist denn jetzt hin? Na, dann halt von dir. So. Okay, zwei Handgranaten. Ne, jetzt auch mal ein anderes Gewehr. Viel Munition habe ich da nicht für mehr. Na, ich glaube schon. So, okay. Das sieht ganz gut aus. Wie sieht denn bei den anderen die Munition aus? Walter, sag mal an. Okay, da sind drei Trommeln. Und du siehst auch noch ganz gut aus. Okay, was sollen wir denn jetzt machen? Wechseln Sie die Stellung. Da vorne. Wie sehen Sie die Verteidigungslinie? Okay. Na, dann tun wir das nochmal. Okay, hopp, hopp, Jungs. Auf geht's. Kann er sich auch nirgendwo reparieren, sag ich schon. Heilen, oder? Ne. Na, das ist auch blöd. Können wir da aufsteigen vielleicht? Fährt uns da vielleicht hin? Passagier. Gucken. Zwo und sechs. Vier. Panzerkampfwagen. Äh. Hinten mitfahren. Alle aufsetzen. Auf. Panzer. Was gibt's denn hier noch so, wo man aufsteigen kann? Äh. Aha, aha. Bereit? Ich glaube aber nicht, dass er uns da hinfährt. Warte. Wäre er zu freundlich gewesen. Okay. Runter, Jungs. Äh. Halb, aussteigen. Na, jetzt fährt er weg, oder was? Na toll. Na ja, dann kommen wir zurück in die Formation hier. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Okay, weiter geht's. Das wäre jetzt echt blöd, dass Sex so verletzt ist. Dass hier auch kein Sanitäter in der Nähe ist. Naja, aber da wird schon irgendwann nachgekrochen kommen. Aha, hier sind schon welche. Von unseren Jungs in den MG-Nestern. Da vorne auch. Okay. Aha, hier steht ja einiges an Kriegsgerät. Äh. Okay. Bis da vorne sollen wir laufen. Na gut, dann tun wir das doch mal. Sechs, kannst du mal... Halb rechts. Unbekannt. Hierher kommen. 100 Meter. So. Gehen Sie zu 50 Meter. Westlich. Wo ist der Führer? Der Kommandant ist gefallen. Aha. Wer sind Sie? Er kommt mit. Laut Befehl des Oberst sollen wir die Flanke schützen. Na dann mal los. Aber der Russe wird bald wieder angreifen. Und wir ziehen uns zur Hauptverteidigungsstellung zurück. Okay, dann kommt ein Willkommen in meiner Gruppe. Jungs, heilen Sie die Verteidigungsstellung. Äh, ja gut. Was gibt es denn hier noch für Fahrzeuge? Jetzt muss ich mal kurz erstmal einmal speichern, um hier mal kurz die Lage abzuschicken. Äh, da kommen die schon an. Ich glaube es nicht. Alle, Angriff. Da ist ein Geschütz. Toll. Die haben sich doch nicht meiner Gruppe angeschlossen. Halb rechts. 100 Meter. Zwei. Sechs. Dahin. Sechs. Gehen Sie zu Bunker. Zu unserer vorne. Komm, geht in Deckung, Jungs. Oh. Ab in die Schützengräben. Hundert Meter. Wir haben zwei. Wir haben. Wir haben. Ui. Wir haben. Neun. Ab in die Schützengräben. Hundert Meter. Na, schon. Baum. Südlich. Vier. Ab in die Schützengräben. Ab in die Schützengräben. Ab in die Schützengräben. So, komm schon her. Können die so schwer sein. Halb rechts. Fein. Weiß. Jo, erwischt. Ah, war nix. Erischt. Nachladen. Alle sieben, acht hinlegen. Ui. Hm. Ach, das war nix. Gar nicht so einfach. Okay. 2, 6, hier. Alle hinlegen. Okay, vielleicht klappt es ja jetzt mal ein bisschen besser. Schütze. Schieben. Hop, hop, hop rum mit der Kiste. So. Okay, da oben kommen die Infanterie schon wieder runter. Ein bisschen schneller sein hier. Schon besser treffen und schneller sein. Okay, abbrechen. Sprenggranate. Das ist aber auch doof gemacht. Dass ihr jetzt immer die Sprenggranate reinladen müsst. Jedes Mal, wenn du noch beschoben hast. Oh, das hat die umgehauen. Okay. Die Experten da vorne. Den hat es zerfetzt. Da ist einer nach links abgehauen irgendwie. Gerade gesehen. Der da. Abbrechen. Sprenggranate. Komm schon. Drei Stunden später. Und. Tschüss. Schieben, 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 schieben. Was ist der nächste? Komm schon die Panzer an. Infanterie. Abbrechen. Äh. Sprenggranate. Na, komm schon. Jo, das hat er den zerlegt. Ah, da ist noch einer. Komm schon, der darf hier nicht rankommen. Jetzt speichere ich einfach mal zwischendurch hier. Okay, Panzerplanate 40 reinladen. Hop, hop, hop. Ich muss die scheiß Panzer loswerden. Zack. Treffer. So, zeug dein Heck. Ist von hinten so heiß. Uah. Kleine Schambutzel mit den Panzern her. Scheiße. Komm schon von allen Seiten wieder. Okay. Der ist erstmal weg. Hopp ich. Drehen, 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 drehen. Oh, oh. Muss ja weg. Ich hab meinen Granate gehört. Scheiße. Scheiße. Wow. Echt, so ist der das. Okay, mal gucken, ob ich da von da vorne noch was erwischt. Oh, Handgranate. Da läuft einer. Ah, der erwischt ich nicht mehr. Da läuft noch einer. Da kommt schon. Jo, in den Rücken geschossen. Genau. So muss das laufen. So geht's dir denn? Du stehst auch so doof in die Gegend rein. Trefferanfall senkt. Trefferanfall senkt. Ah, erstmal Deckung. Nachladen. Okay. So, nochmal das Knöpfle drücken. So, wenn wir mal irgendwie versuchen, hier aus dem Schamassel wieder rauszukommen. Guck, ob ich hier noch ein paar erwisch. Ah, zieh ab. Okay, Treffer. Treffer. Aber noch nicht erledigt. Okay, erledigt. Komm, nächster. Rossenpack. Verdammt, Nostraten, echt. Okay, das habe ich auch noch. Ah, komm schon. Komm schon, komm schon. Verdammt. Ah, Mann. Daneben. Oh, 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 der läuft nach links weg. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Das ist mit dem da eigentlich. Ist der jetzt hinüber? Oh, der Saga kann ja auch weggegangen werden. Ah, scheiße. Da kommt ein Panzer angerollt von rechts. Okay, ich muss hier irgendwie weg. Erstmal zu dem Haus da vorne. Oh. Deutsche Panzerunterstützung. Ja, macht sie platt, Jungs. Und dann kann ich von hier aus was reißen. Nein, wirklich. Die Runde sind aber immer noch Stimmen zu hören. Okay, weiter zu dem Haus da vorne. Oh, 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 oh. Wie. Oh, 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 oh. Ich glaube, die haben es auf mich abgesehen hier. Oh, 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 oh. Die Runde ist auf mich abgesehen. Oh, 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 oh. Oh, oh. raus. Na, wo ist er? Okay, das ist unser Panzer. Das ist schon mal gut. Ah. Wo ist der Typ jetzt hin? Nach links rüber ist er auch wieder nicht. Okay. Es wird nochmal Zeit, dieses Knöpfchen hier zu drücken. Okay. Na toll. So. Panzer, hilfst du mir? Ja. Okay, erstmal bis zu der Halbkette da vorne. Wow. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, wo ist er jetzt hin? Wahrscheinlich schießt er mit gleich in den Rücken oder so. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ey. Wow. Da vorne liegt einer. Auf der Straße, okay. Für dich habe ich was Besonderes. Hier kommt ihm das. Viel Spaß damit. Na? Oh, das hat ihn zerrissen, würde ich sagen. Oder der Panzer war das. Ist auch egal. Ob so, er ist weg. Das ist wichtig. Okay, da vorne guckt irgendwo der Panzer rum. Hinter dem Haus. Mir macht ja immer noch dieser eine Schütze, der da abgehauen ist, zu schaffen. Trau den Frieden noch nicht so ganz. Er soll bestimmt irgendwo da abgehauen. Die Richtung. Ich brauche erstmal einen beruhigen Schluck aus der Feldflasche hier. Okay. Nochmal durch den, durch das Feldstecher gucken hier. Okay, das sieht ganz gut aus. Der Panzer brennt. Die sind erledigt da vorne. Okay. So, wie sieht's da aus? Kein Typen zu sehen. Ich kann ja auch hier das Klo aufmachen, ob ich da drin verstecken. Ist der denn für einer? Das könnte, das ist doch noch... Da ist doch was. Jo. Den müsste ich erledigt haben. Sieht gut aus. Ich höre von links noch irgendwas anschnaufen. Na? Na, versteckst du dich? Okay. Noch mal ein bisschen. Meine Idee. So, noch mal ein bisschen hier durchs Feldstecher gucken. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht jetzt echt ganz gut aus. Ja. Jo. Okay, wir müssen es ja einfach mal riskieren, hier mal weiterzukommen. Ich laufe erst mal zu den Bäumen da vorne. Also, ein IKW. Oh, da liegt... Da liegen die Überreste von meiner Pack. Gut, dass ich da abgehauen bin von der. Oh! Oh, oh. Das ist bestimmt dieser komische Schütze, der abgehauen ist. Da. Der schleicht da vorne irgendwo im Gebüsch rum. Na, wo ist er jetzt? Komm, Mäuschen, sag mal, piep. Mäuschen, mach mal, piep. Wie ist er denn jetzt? Jetzt traut er sich nicht mehr raus. Na? Da hinten. Okay. Ich bin auf der Pirsch. Auf der Pirsch, auf der Pirsch. So, mein Freund. Und tschüss. Jo, der hat gesessen. Schnell dann mal eben in den... ...Bunker packen hier. So, jetzt sind wir erstmal ein bisschen in Sicherheit. Okay, jetzt will ich mal erstmal ein bisschen gucken hier. Okay, zu verteidigen ist es immer noch hier. Also, hier muss irgendwo noch was rumlaufen. Fragst dich natürlich nur, wo. Na, ihr kleinen Ostraten. Wollt ihr nicht mal zu Papa kommen und euch eine Kugel abholen? Na, ihr könnt ja auch noch mal zu sehen. Na, ihr könnt ja auch noch ein bisschen in die Panzer beschießen. Na, ihr könnt ja auch noch ein bisschen in die Panzer beschießen, wenn sie nicht ausgestiegen sind. Das kann ganz gut sein. Na, okay, der wird wohl... Der brennt ja schon aus allen Löchern. Oder? Ah, okay, nur ein Tier oder irgendwas. Na, die liegt ja auch toll hier. Okay. So, jetzt würde ich mal auf die Pirsch gehen hier. Mal gucken, ob ich noch ein paar erwische. Vor allem mal... Mich um... Mich nochmal um Walter kümmern. Mal gucken, was mit Walter ist. Dem alten Haus. Guck mal, den habe ich glaube ich erwischt hier. Wo ist eigentlich Walter? Die alte... Der alte Fleischwolf. Walter, wo bist du denn? Meldest du dich noch? Ah, hier vorne. Moin Walter. Ja, guck mal, da hast du dich richtig gut in so ein Schützenkram reingeworfen. Dass du auf jeden Fall überlebst, ne? Denn wir wissen ja alle, wenn Walter stirbt, ist der Mission gefährgeschlagen. Da kannst du jetzt auch erstmal noch bleiben. Hoffentlich kriege ich die auch aus dem Loch wieder raus. Das wäre natürlich so ein Vorteil. Okay. Von hier aus auch nichts mehr zu sehen. Und hier geht es auch schon wieder raus. Ich dachte, da steckt einer drin. So, naja. Ah, nochmal gucken, ob wir hier rausgehen mal. Ah, okay, geht. So, okay. Naja, eigentlich kannst du auch mal zu mir kommen wieder. äh, meine Haltung annehmen und dann zurück in Formation. Hm. Mysteriös, mysteriös. Und doch pompös. Das sind ja in den Bienen, oder? Sieht zumindest so aus. Okay. Hä? Achso. Och. Walter. Lauf mir doch nicht für die Flinte hier. Das ist mir jetzt ja schon wieder ein Schrecken angejagt. Hättest ja schon fast wieder eine Kugel abgekriegt. Das war älter, echt. So. Walter, hier nimmt auch schon einen Schluck. Und dann kann es weitergehen. Okay. Wir müssen jetzt hier mal so ein bisschen die Gegend erkunden. Und hoffen, dass sich irgendjemand mal bemerkbar macht. Wo sind denn eigentlich die ganzen Panzer? Also der Panzer brennt, der angekommen ist. Der Panzer brennt auch. Und der Panzer sieht ja nun auch naja, nicht ganz zerstört aus, ne? Sollen wir da nochmal gleich nochmal ein bisschen nachgucken, was damit ist. Das haben wir hier auch noch so einen Schützengraben. Nicht, dass sich hier irgendwo noch so eine kleine Rade verkrochen hat. Okay, hier sieht das soweit ganz gut aus. Die sind auch hinüber. Oh, das können wir echt nicht so ein. Das ist der Rest von dem Pack abgeblieben. Okay, schauen wir hier nochmal weiter. Nichts, alle hinüber. Oh, alle kaputt. Verteidigen Sie den Frontabschnitt. Ja, das habe ich ja an und einig gemacht, ne? Geben Sie sich zur Verteidigungslinie. Joa. Eigentlich ist das ja soweit. Okay. Das ist... Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Gut. Also was, Walter? Wir schnappen uns alleine, weil die Pack, die noch in Heil ist. Den halten wir nochmal ein bisschen auf die... Oh, da steht auch noch so ein halbzerkulter Panzer. Den halten wir nochmal ein bisschen auf die Panzer. Moin. Okay, sieht auch ganz gut aus. Gucken. Macht dieser auch schon hinüber hier. Scheiße. Tja, Walter. Schlechte Nachrichten. So, was haben wir denn da noch? Da ist der Panzer noch. Läuft da noch was? Ne. Na gut. So, okay. Ich hatte ja das Video hier mal eben kurz unterbrochen, um zu gucken, wo jetzt noch der letzte Gegner ist. Aber ich konnte ihn nach einer halben Stunde in Echtzeit rumlaufen mit Zeitbeschleuniger nicht ausmachen. Es hat sich auch nichts getan. Also eine halbe Stunde mit Zeitbeschleuniger rumlaufen. Wenn da jetzt noch eine Angriffswelle gekommen wäre, die hätte sich garantiert dann bis dahin schon hierher bewegt. Also darum nehme ich mal an, dass das hier irgendwie schon wieder verbuggt ist und ich mal eben kurz die Mission zwangsbeende. Also. Unbekannt! Fahrzeug! Hinten! 200 Meter! So, zack! Ja, was haben wir denn jetzt? Ja, Mission abgeschlossen. Okay. Ja, halten Sie die Verteidigungsstellung. Das haben wir... wurde nicht beendet, automatisch. Leider. Okay. Na gut. Dann... Mache ich mal weiter. Ja, ist schon wieder schade, ehrlich gesagt, dass man da keinen vernünftigen Abschluss gekriegt hat jetzt. Naja. Okay, und jetzt sind wir auch schon dann in der nächsten Mission. Äh, 8 Tigerjagd und hier verabschiede ich mich erstmal, sag danke fürs Zuschauen, auch wenn das Ende jetzt ein bisschen abrupt war. Aber, so ist das. Aber die nächste Mission werde ich jetzt auch hier mit Patch 1.03 spielen. Jetzt ja noch eben, die letzte Mission war noch mit 0.2, weil ich ja angefangen hatte mit 0.2 und dann muss ich sie auch beenden mit 0.2, weil wenn man dann patcht, kann man den Missionsspeicherstand nicht mehr laden. Na gut. Wie auch immer. Bis dahin. Schönen Tag noch. Tschüss.